In Deutschland errscht dieser Tage eine Mischung aus Bestürfung und Hilflosigkeit, was die wiederkehrenden Gewalttaten mit neonazistischem Hintergrund anbelangt. Doch wir sind nicht still, wir sind gegen rechts, deswegen sind wir hier. Aus Mut im Bauch werden Mut im Bauch. Du wirst wirklich saudo, darum geht's dir gut. Was ist deine Attitüde? Ständig kocht dein Blut. Alles muss man dir erklären, weil du wirklich gar nichts weißt. Küsst wahrscheinlich nicht einmal, was Attitüde heißt. Deine Gewalt ist nur ein Schummerschrei nach Liebe. Deine Springerstiefel sehnen sich nach Zärtlichkeit. Du hast nie gelernt, dich zu artikulieren. Und deine Eltern hatten niemand, der nicht sei. Oh, Arschloch! Warum kannst du Angst vor Streicheln? Was soll all der Herz? Unser Blorberg kratzt mit Eichen. Was ist schlicht mein Herz? Und Romantik ist für dich nicht bloß graue Theorie. Zwischen Störgraf und Elmonkel steht ne Kuschelrock-LP. Deine Gewalt ist nur ein Schummerschrei nach Liebe. Deine Springerstiefel sehnen sich nach Zärtlichkeit. Du hast nie gelernt, dich zu artikulieren. Und deine Eltern hatten niemals für dich Zeit. Oh, Arschloch! Weil du Probleme hast, die keinen interessieren. Weil du Schiss vom Schusen hast, bist du ein Faschist. Du musst deinen Selbstrass nicht auf andere projizieren. Damit keiner mehr was für ein lieber Kerl um den Tod. Oh, Deine Gewalt ist nur ein Schummerschrei nach Liebe. Deine Springerstiefel sehnen sich nach Zärtlichkeit. Du hast nie gelernt, dich zu artikulieren. Und deine Freundin, die hatten niemals für dich Zeit. Oh, Arschloch! 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 Arschloch!